Nummer 11 von 16 Subspace Factory Ja direkt nice gemacht Rob Roboter Rob war ja ein Fahrer mal KTS Woher auch immer Rob stammt Er ist komisch Und Strecke ist auch nicht gerade übersichtlich Merkt man oder? Klar ich komme hier gut vorwärts aber trotzdem Und da ist ja auch schon die letzte Runde dieser Strecke Och bitte Telefon klingt jedes Mal wenn ich aufnehme oder streame oder was auch immer Das kann doch nicht wahr sein Naja ab und zähl mit uns Zack Zack Ja es ist eigentlich gar nicht so schwer hier auszuweichen Aber Ok ich weiß zwar nicht was das gerade gewesen ist aber Wir haben es geschafft Bis zum nächsten Mal Bis zur nächsten Strecke Dann gehts weiter Ciao